Okay, wieder. Gibt einen Mana-Trank. Nein, die habe ich zu spät gesehen. Gefallener Junkie! Äh. So, jetzt treffen wir den. Den konnten wir. Ah, sind beide gewesen. Sehr gut, denn wir haben hier noch... Oh, Heiltränke. Ja, okay, bevor wir das erkunden, da brauchen wir uns jetzt keine Hoffnung machen. Das werden wir auch noch nicht. Müssen wir uns noch ein bisschen besser ausrüsten, also... Wir sind nun mal ein kleiner, schmächtiger Magier, der alleine seine Wege sucht. Ja, und da brauchen wir leider noch ein wenig... ...mehr Power. Was haben wir denn hier? Ist das Kupfer? Ja, ist Kupfererz. Also so mit dem Springen habe ich das absolut nicht. äh... Da unten können wir uns auch noch mal rumtreiben. Demnächst. So, die Male lassen wir jetzt mal Male sein. Nein, da habe ich zu spät reagiert. Nein, da habe ich zu spät reagiert. Das war noch rechtzeitig. So, wir suchen noch Schildkröten. Ich weiß nicht, ob die bei uns das auch geben würden. Hier eine Male. Da ist noch eine auf jeden Fall. Und der rote Schleim ist weg. Okay. So, hier. Steh auf. Damit du dich gleich wieder drehen kannst. Boah. Jetzt ziehen wir durch. Okay. Er wird uns dazu Schaden machen. So. Wieder ein. Nein. Okay. Und. Zwei. Boah. Das war so knapp. Ich hätte es nicht geschafft. Au. Nein. Ähm. Ähm. Acht. Hau ab. Sehr schön. Oh. Das hat nochmal Schaden gegeben zum Schluss. Das war ja fies. Der war mordsmäßig gemein. Und voll hinterhältig. Na gut. Wir können da nochmal hoch. Ich glaube wir haben dafür. Genau. Ein wenig Erde. Okay. So. Haben wir auch eingesammelt. Ja gut. Ja gut. Ich glaube wir können erstmal wieder weg. Es wird dunkel. Null. Obwohl wir könnten nochmal die ausprobieren. Moment. Wir haben einen Schleifstein. Sehr schön. der Schattenritter des Feuers. Was. Aua. Ähm. Ähm. Ja okay. Wir ziehen ab jetzt. Wir sind angeschlagen genug. Und heimwärts. In unseren schönen marktfeldern. Wir werden das gleich mal ausprobieren mit der Schildkröte. Weil hier haben wir eine direkt vor der Tür. Jetzt bin ich da mal neugierig auf die den auch noch fallen lassen. Nein. Die leider nicht. Tschüss. Das Problem ist eben mal wir können kein Fenster bauen bis jetzt. Und. Ja. Damit habe ich nicht gerechnet. Was für ne miese Nummer. Wofür baut man dann ne Tür? Hm. Das war mies. Mega gemein. So. Einen können wir herstellen. Dann sind wir dem schon mal ein klein wenig näher. Hm. Hier haben wir keinen Platz. Einen Moment. Ich bitte um Entschuldigung falls es auf der Tonaufnahme sein wird. Ich werde mein Bestes geben und es suchen. Kann aber jemand nichts versprechen. Ähm. Mann als hätte ich mich gerade verschluckt. gut. Einmal auf die Uhr gelinst. Alles in Ordnung. So. Okay. Wir haben hier noch ein gelben Portalstein Fragment. Hm. Heißt somit also gibt es auch noch andere. Ob wir das jetzt lustig finden sollen weiß ich nicht. Ich sage ja der ist glaube ich völlig verkehrt. Ich glaube mit dem können wir am wenigsten anfangen. Ich glaube das ist so für Krieger und Waldläufer und sowas gedacht eben halt. Weil die daran ihr Werkzeug dann herstellen können. Ihr Werkzeug. Ihre Waffen. Also ich sehe gerade Werkbank Stufe 2 ist Bogen und sowas. Alter ihr Nervis ne. Drei, vier Stück genau. Ich glaube das wird unser Untergang. Äh. Jetzt hängen wir fest. Ähm. So. Ähm. Zielwechsel. Geht nicht. Kamera lösen. Geht. Wenn er da schon in unserem Fenster steht. Wow. Da war aber einer auf Zack. Okay wir haben uns eindeutig mit zu vielen angelegt. Dass da aber so viele standen habe ich nicht gesehen. Ähm. Da kommen wir nicht hoch ne. Nein. Verdammt. Ja. Genau. Ich sage ja wo können wir eine Tür. Jetzt stirb. Also die Tür ist nur zu ziel. Ähm. Ja. Können wir eigentlich. Na toll. Hier spawnen gleich. noch einer. Wieder entfernen. Okay. Da müssen sich die Macher vom Portal Night so mal hinter setzen. Das ist blöd. Die rennen einfach durch ne Tür durch. Das ist somit. Ja. Weiß ich nicht. Du kannst dir keinen eigenen Schutz somit geben. Da kommen wir auch nicht hoch ne. Aber wenn wir. Na gut. So machen. Ja genau. Alter. weiter. Was die drauf haben. Okay. Unsere Tränke sind leer. Stirb. Okay. Jetzt können wir den da wieder wegnehmen. Hm. Weiß ich nicht. Vielleicht bauen wir uns dann hier wirklich immer ein. hin. Ich glaube das ist sicherer. Dass wir. Dann immer so machen. Und uns darüber Schutz holen. Weil die Tür ist ja nur ziel. Also. Okay. Naja. Lang genug geärgert darüber. Vielleicht können wir noch eine zweite Tür einbauen. Das war. Die laufen auch durch die erste. Also. Ich weiß nicht. Ob es dann was mit zwei macht. Bringt. Nee. Da ist mir der Aufwand auch zu groß. Nein. Okay. Wir können gleich wieder los. Wir müssen uns aber unbedingt um Nahrung kümmern. sehen. Da wir jetzt keine Tränke mehr haben. Ist das unser nächstes Hauptogenmerk. So. Erstmal aber hier. Ein bisschen abroden. Pilze können wir glaube ich auch. Verspeisen. Mal schauen. Müssen wir mal schauen. Ich weiß es nicht. Wir schauen mal. Ähm. Pilz. Haben wir da. Jawohl. Okay. Wir werden genügend Essen finden. Also wir werden nicht verhungern. so und wieder zu unseren schildkröten ich hätte auch um das portal laufen können aber naja komm nicht so wichtig ja okay jetzt ist hier keine schildkröte sondern irgendeinen anderen fraggle ich weiß auch nicht ob die unendlich immer wieder zurückspauen oder so also da unten haben wir auf jeden fall noch eine die haben wir auch noch nicht angegriffen da oben haben wir auch noch eine hier unten haben wir keine okay wenn erstmal den stein weg nehmen dann schauen da hinten liegt noch eine ja gut läuft nicht so schnell dafür können wir gut entkommen dann war eine schuppe haben wir noch gekriegt und irgendwie ein herz aber wir sind voll aber du hast auch keine chance den auszuweichen okay hallo gehe ich hallo ich habe schon gewechselt ne kannst du nicht abbauen angeblich den nicht den nicht den nicht warum können wir den hier nicht abbauen was ist denn muss ich nicht verstehen muss ich nicht verstehen aua joa so jetzt haben wir dich und wir haben einen grünen stein sehr gut und einen gelben portal stein ne quatsch war ep grüner gelber portal stein nur weil du jetzt einen hast wird man nicht gierig ach so doch da unten ist eine schildkröte alles klar hat sich erledigt wunderbar hier drüben war doch auch eine oder täusche ich mich und das alles nur damit wir ja eine größere chance haben wir wollen auch immer gleich das beste ne so dann wollen wir doch mal schauen finden wir hier noch ne ja benutzen wir demnächst gucken wir einen weiter wir haben noch so viel zu entdecken so ich sehe da keine schildkröte dann müssen wir hier noch runter zack 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 da hinten war auf jeden fall noch eine hier auch das ist blöd und weg sehr gut hoch der nächste ich glaube es nicht ja wohl ja es läuft langsam mit dem kämpfen also mit denen hier so hier zwischen den kakteen geht das ganz gut ich wollte gerade sagen oder zu früh gefreut so wir haben wieder ein fehlen uns noch drei auf 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 Vielen Dank.